Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Matthias Johannes-Bauer. Ich bin Professor für Kommunikationsmanagement an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf. Wir thematisieren unter anderem in einer Vorlesung auch das Thema Vergaberecht. Und zu diesem Thema treffe ich mich heute bei PKF, der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei hier in Duisburg, auf der Terrasse mit Blick in den Innenhafen mit Rechtsanwältin Susanne Blask. Und die ist hier die Fachfrau für das Vergaberecht. Und das hören wir uns mal zusammen an. Ja, wir sind hier auf der Terrasse bei PKF in Duisburg am Innenhafen. Neben mir steht Susanne Blask. Die ist Rechtsanwältin und spezialisiert auf Vergaberecht. Naja, und wenn ich mir das so anschaue, Ausschreibungen, Vergaberecht, betrifft doch eigentlich nur einen öffentlichen Dienst. Das ist doch gesamtwirtschaftlich irgendwie kein großes Thema, oder doch? Ach doch, das kann man schon sagen. Wenn man sich allein das Volumen anguckt, was in der Bundesrepublik Deutschland mit 400 Milliarden an öffentlichen Aufträgen pro Jahr aufläuft und einen prozentualen Anteil von 12,5 Prozent am Bruttoinlandsprodukt ausmacht, dann ist das schon beachtlich. Wir sprechen ja, wenn wir über Ausschreibungen sprechen, im Grunde über zwei, sagen wir mal, Kategorien. Das ist einmal die Auftraggeberseite. Das wäre jetzt in unserem Fall, wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf diesen Dienstleistungsbereich, Marketing, Unternehmenskommunikation, ganz klassisch verortet. Dann haben wir aber auch die Auftragnehmerseite. Das wären vielleicht beispielsweise die Agenturen. Fangen wir mal mit der Auftraggeberseite an. Wie läuft denn sowas ab? Was muss man denn da überhaupt beachten? Also die Vergaberegelungen, die umfassen ja die Beschaffung von, ich sage jetzt mal die ganze Palette, auch wenn wir uns hier auf die Marketingleistungen konzentrieren wollen, von Bauleistungen, Lieferleistungen, also Warenbeschaffungen und Dienstleistungen. Und dieses Regelungspaket, was sich in unterschiedliche Gesetzeswerke und Verordnungswerke gliedert und von der EU runterkommt, ein nationales Recht, das müssen die sogenannten öffentlichen Auftraggeber zwingend beachten. Das heißt, man hat den Bund, die Länder, die Kommunen als klassische öffentliche Auftraggeber, die sich mit diesen Vorschriften auseinandersetzen wollen, wenn sie halt Dienstleistungen beschaffen wollen. Die können nicht einfach hingehen in der Regel und sagen, der ist aber nett und der gefällt mir gut, den nehme ich jetzt mal, sondern sie müssen das sehr formal abarbeiten und damit den Gedanken der EU nach Möglichkeit umsetzen, in einem wettbewerblichen Verfahren ein möglichst günstiges wirtschaftliches Angebot zu erhalten. Jetzt könnte man ja sagen, günstig ist gleich billig, ist ja nicht immer das Beste. Warum ist denn das überhaupt wichtig, dass wir diese Ausschreibungen machen? Was steckt denn da genau dahinter? Da steckt der Gedanke dahinter, dass die öffentliche Hand mit Geldern des Steuer- und Gebührenzahlers umgeht und über die Finanzverfassung an die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gebunden ist. Und man hofft, dass eben in einem wettbewerblichen Verfahren, wo Konkurrenten da sind, die Aufträge anbieten und unterschiedliche Kalkulationsansätze dabei haben, dass man da diese Grundsätze am besten verwirklichen kann und dass man nicht das billigste Angebot nehmen muss. Das ergibt sich auch schon aus den Regelungen, die nämlich davon sprechen, dass der niedrigste Preis nicht allein ausschlaggebend sein muss. Es gibt Bereiche wie Warenlieferungen, da kann das der Fall sein, oder Buchpreisbindung oder Ähnliches. Da würde sowas natürlich lediglich am Preis festgemacht. Aber ansonsten kommen ganz viele andere Elemente dazu, die einen Auftraggeber zur Annahme eines Angebotes verleiten können. Danke, dass wir hier sein durften, dass du uns das alles erklärt hast. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ja, das war es hier von PKF draußen am Innenhafen auf der Terrasse. Und wir haben uns jetzt mal zum Thema Ausschreibungsverfahren schlau machen lassen. Und an dieser Stelle bis demnächst.